Juhu, hallo Leute, hier ist Zimmer bei Blindzocken, die Reaktionen heute zu Minecraft Hunger Games. Ja, laber, Minga, wunderbar. Ja, das habt ihr. Das hab ich mir Tatsache gedacht. Ja, hab ich mir dann auch gedacht. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja schon gesehen in der Folge, irgendwann ist Connection Lost gekommen. Nur wann? War vielleicht direkt am Anfang Connection Lost und ich hab die ganze Zeit irgendeine Kacke erzählt. Ich meine aber, Lava und Wasser gehört zu haben. Oh ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, beeil dich. Ja, guter Start, guter Start. Ja. Oh, gut. Hä? Was? Was? Glaube ich zumindest. Was? Was war das denn? Warum werde ich denn zurückgeportet? Hustenattacke. Okay. Wo sind die Gegner? Ich bin bereit mit meiner Hand... Ich guck die ganze Zeit nach oben. Hä? Schon wieder? Wir können herkommen. Bin da. Bin bereit, um euch zu zerstören. Boah, wie schlecht. Oh ja. Ich bin da, Leute. Und jetzt, hüpfen, tanz. Was? Wo bin ich denn jetzt? Und können erreichen, dass sie um uns einen großen Bogen machen und uns bis zum Schluss am Leben lassen. So, jetzt brauche ich langsam mal eine Waffe, würde ich sagen. Wo kriegen wir die her? Weiß ich noch nicht so genau. Was geht denn da ab, Leute? Was ist das denn? Ich höre gar nichts. Lebe ich noch? Bin ich noch im Spiel drin? Was geht denn da ab? Im Chat lese ich da den übel Slack. Oh, ich glaube, ich gehe mal da hin jetzt. Oh, wie schlecht. Oh nein. Mal runtergucken. Na, sieht nicht so aus. Gehen wir mal hier lang. Ich höre absolut gar nichts. Doch, Lava. Dann war da Dealer. Ich glaube, ich habe Lava gehört. Ja, Lava, du Noob. Da ist Lava. Was war das? Das war Lava. Ich glaube, ich habe Lava gehört. Ja, richtig. Da ist Lava. Nein. Ich bin da reinlaufen. Nein. Wie, Tomin. Und ich denke einfach, volle Kanne. Ich bin in der Map drin. Wo soll ich denn jetzt? Ich gehe am besten zurück. Vor allem leckt das ja übelst. Was war denn da gerade los? Das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Wasser? What the hell? Hä? Wasser? Connection Lust. Ach, du Scheiße. Leute. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Ist keiner mit mir in dieser Welt? Das kann doch echt nicht... Ey, Leute, wo seid ihr alle? Ja, die sind nicht da. Es connect schon los. Was geht mit dir? Ich will das. Das kann doch nicht sein, dass ich das aufnehme und in der Aufnahme alles so richtig abkann. Ich kann alles weg? Ja, die sind nicht da. Mann, lies doch mal. Was ist denn los? Mein Auge juckt. Ach, du Scheiße, Leute. Wo seid ihr? Hallo? Hä, das verstehe ich nicht. Ich höre nichts mehr in dem Game. Oh Gott. Ich höre nichts mehr. Ja, ey, du kannst ja auch nichts mehr in diesem Connection Lust. Hab ich schon gewonnen? Was hat's los? Hab ich schon gewonnen? Mein Satans Buddha, hab ich wieder zu viel Mario Hase geraucht, oder was? Ja, eindeutig. Boah, wie scheiße, Mann. Was hab ich jetzt gemacht? Da hab ich... Da hab ich... Da hab ich Steam geöffnet. What the hell? Was ist denn jetzt los? Boah, wie schlecht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich muss mal kurz gucken. Ach, ach so. Internal Exception. Ja, war nett. Time out. Ja, richtig. Exception. Time out. Ja, ja. So Connection Lust. Ey, was, was? Wie fein war das denn? Am Anfang ist alles super gestartet. War alles gut. Und auf einmal, schwarzer Raum. Nichts bewegt sich. What the hell? Okay, Leute. Das ist halt der Nachteil bei sowas, ja. Wenn man da irgendwie auf dem Server spielt, kann sowas schon mal passieren. Ja, ich frag mich nur, wie lange das schon so ist. Ja. Naja, ging ja noch. Also ich glaub, drei Minuten konnten wir Bild sehen, richtiges Bild und dann war weg. Mein Bein, alter Tisch, passt doch mal besser auf. Ja, Tisch, ja. Sie wieder gegen den Tisch gerannt, ne. War ja wieder klar, ey. Jetzt war wieder, also bis zum nächsten Mal euer Table Channel. Gamer. Tschüss. Ja, geh weg jetzt. Du weißt doch, wo die Kamera ist. Ist ja auch so eine Show zu machen, ey. Ja, komm mal aus. So, ja. Leute, das war mit Abstand die komischste Blindzocken-Folge, die ich jemals erlebt habe. Also, mit so viel technischen, komischen Sachen haben wir echt noch nie gehabt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, weil nicht richtig Action drin war. Aber, hey, komm Leute. Ist doch nicht schlimm. Ähm, ich glaube, wir werden nächsten Samstag im Livestream nochmal Blindzocken und zwar Hunger Games. So als kleine Ergänzung, damit wir auch nochmal richtige Spiele sehen. Aber das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Mein Gott. Und, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ha 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 ha.